So, wir sind jetzt hier im Bus-Terminal und sind auf dem Weg Richtung Kardin. Sind ihr bereit, meine Freunde? Yes! Back on the road. Ein bisschen Natur raus. Wieder mal, ja? Wir müssen etwa einen Monat da. Jetzt gehen wir hier mal unser Bus suchen. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind bereits in Kardin angekommen und es ist der nächste Morgen. Gestern sind wir relativ spät angekommen. Die Fahrt hätte in Selle 4 Stunden gehen. Es ist etwa 7 Stunden gegangen. Das ist, weil es einen Unfall gegeben hat. Unterwegs auf der Strasse. Und wir mussten eben 3 Stunden warten. Aber eben, wenn wir den Unfall gesehen haben und alles. Dann ist man froh, dass wir nur 3 Stunden warten mussten. Und es ist nicht anders passiert. Bei uns. Ja, also, aber jetzt sind wir jetzt hier in einem wunderschönen Finca. So etwa eine Viertelstunde weg von Kardin. Wir mussten gestern mit dem Tuk-Tuk durch den Wald durchfahren. Der Haken drauf ist fast nicht hochgekommen. Es war richtig interessant, um hierher zu kommen. Und ja, da ist ein riesiges Gelände, riesiges Finca, wo wir jetzt hier sind. Und schau mal. Mit einer wahnsinns Aussicht über so ganz viele Bananen, Bäume und Kaffee und alles gibt es hier. Das ist richtig schön. Also, uns gefällt es hier richtig. Einfach so mit schnell, schnell auf Kardin. Aber irgendetwas geposten wird, dass nichts. Weil es geht etwa viertelstum mit dem Tuk-Tuk. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, was wir machen. Wir wollen hier noch zu einem Wasserfall. So wie auf so einer Finca üblich, hat es natürlich auch hier ganz so viele Tiere und Früchte. Und sonstige Gewächse. Zum Beispiel etwas, was ich noch nie gesehen habe. Maracuyá, also Passionsfrucht. Die sehen hier so aus. Und die sind jetzt etwa in drei Wochen reif. Und hier sehen wir Blüten. Die sehen hier so aus. Und dann schliesst sie sich. Dann sieht es etwa so aus. Und... Nein, jetzt habe ich es eigentlich erzählt. Zuerst ist sie so. Und dann öffnet sie sich. Und dann schliesst sie sich wieder. Und dann sieht es dann so aus. So ist es richtig. Dass wir das auch wirklich korrekt hier haben. Auf meinem Kanal hier. Äh... Dann... Ja... Sagen. Und... Da hinten... Ui... Jetzt muss ich aufpassen, dass es mich nicht auf den Ranzen legt. Das ist Lulo. Das hat jetzt leider keine Früchte. Ähm... Ähm... Aber ähm... Das ist äh... So eine Frucht, die es eigentlich da... Äh... Relativ oft gibt. Und das ist äh... Yucca. Das ist da unten. Da unten die Pflanze oder äh... Die Wurzeln ist dann auch zum Essen da. Ist so ein bisschen wie... Wie Hör-Töpfeln-Art. Nicht ganz so. Aber... Kannst du ein bisschen vergleichen. Da hat es noch... Ähm... Basilikum. Da oben da die... Die grünen Dinge sind ähm... Zwiebeln. Und das ist noch Tomaten. Und... Da unten... Hat es noch ganz einen Haufen... Bananen... Stuten. Und da... Hat es noch ein geiles Bock. Huch... Hoi... Du stinkst ein bisschen, gell? Hast du gerne, wenn es stinkt? Ah ja... Genau. Also... Ganz interessant da. Wir haben wieder Haufen gelernt. So, da jetzt noch eine andere Geisse. Ähm... Die ist jetzt schwanger. Die kommt in einem Monat. Da kommt ein Baby. Und das ist äh... Jucke. Der Haus Hund. Die Schäber. Ja, die ist schon recht... Die ist schon recht dicht zu. Die Mutter. Also ich bin jetzt hier gerade ein wenig aufgeklärt worden. Wie das so mit den Bananen läuft. Und zwar... Das ist so ein bisschen eine Bananenfamilie da. Da seht ihr. Das ist zum Beispiel die Grossmutter. Das ist äh... Die Mutter. Und das ist dann nachher... Ähm... Das Kind. Und... Wenn die da ready sind. Dann würden dann nachher den Baumstamm abkauen. Und dann kommt da unten. Also da. Seht ihr? Schon wieder ein neuer. Und da wachten da schon wieder neue nach. Da die kleinen. Und das... Hat er gesehen gehabt. Sechs Jahre. Ähm... Geht das ungefähr. Das wird immer wieder nachher produziert. Also automatisch. Man muss... Nicht irgendwie etwas pflanzen. Sondern... Das kommen immer wieder neue aus der... 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 Und so läuft das immer wieder und immer wieder. Und er sagte, Bananen seien die Früchte, die am meisten Gewicht abwerfen von der Früchtenproduktion auf der Welt. Weil sie automatisch immer wieder nachproduziert und in relativ grosser Menge und die drei verschiedene Stuten hat, die dann regelmässig wieder abwirft. Also man muss nicht ein Jahr warten, bis der Baum wieder neue Bananen hat. Sondern es sind immer ja drei, im 3-Monats-Zyklus ungefähr, oder im 4-Monats-Zyklus, wenn wir wieder Bananen geben. Interessant, nicht? Also ich habe das nicht gewusst, aber ich weiss noch vieles nicht. Und es ist aber wirklich interessant und auch die Maracuja da hinten. Ich finde es wirklich cool, dass ich jetzt auch mal gesehen habe, wie die wachsen. So, jetzt haben wir genug gechillt, Leo, gell? Ja, er hat Schach reingekleppt. Schach reingekleppt, wir sind irgendwann fertig. Und jetzt geht es ins Dorf, ab mit dem Chip, da. Weil zum Laufen wäre es viel zu weit. Und jetzt gehen wir mal Kardin abchecken miteinander, oder? So, Salomeo, wo befinden wir uns? Wir gehen jetzt in die Kirche, schnell beten und Danke sagen für diesen schönen Ort, wo wir sein dürfen. Wir sind jetzt gerade in Kardin auf dem Hauptplatz, Dorfplatz. Und was fandest du? Es ist einfach wunderschön. Ich habe schon lange nichts mehr so schönes gesehen. Wieso schaust du mich ein bisschen an? Also! Das ist also das Plätzchen mit dieser wunderschönen Kirche. Und da hat es überall so kleine Restaurantchen rundherum. Und die Leute sitzen da ein bisschen von draussen. Und da hat es noch so kleine Food-Sachen, gell? Und ja, es ist wirklich mega schön. Es erinnert uns ein bisschen an Mexiko, gell? Oh ja! Mexiko und Guatemala. Ein bisschen farbig. Jetzt gehen wir mal schauen, wer die Kirche da gebaut hat. Das ist ein ganz spezielles Exemplar. So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Und was machen wir heute? Wir gehen wandern. Woher? Was machst du mehr, Salome? Irgendwie etwas mit Esplendor. Cueva del Esplendor. Cueva del Esplendor. La Cueva del Esplendor. Jetzt gehen wir hoch bis zum höchsten Punkt. Dann haben wir einen Aussichtspunkt. Und ein weisses Haus. Und von dort sollten wir links und nicht rechts. Und dann mal fragen. Dann kommt es gut. Das klingt sehr überzeugend. Ich glaube wir kommen jetzt sicher gut an. Ja, ihr werdet es sehen. Wir sind jetzt etwa 10 Minuten gelaufen. Und jetzt haben wir schon den ersten Halt gemacht. Bei so einem kleinen Kaffeefarmer. der uns das alles erklärt hat. Wie das funktioniert mit dem Kaffeeprozess. Und jetzt zeigt er uns dann noch, wie das funktioniert. Also wir haben eher noch Platanobäume und Bananenbäume. Jetzt zeigt er uns ein bisschen, was der Unterschied ist. Weil Platanobäume sind hier die grösseren Bananen. Die kann man eigentlich nicht. Also die muss man braten oder so. Die kann man zum Teil auch gar nicht essen. Und die Bananen sind halt einfach die, die wir kennen. Die kleineren. Und ja, recht spannend, was er hier erzählt. Und der Unterschied zwischen Platanobäume und Bananenbäume ist folgendes. Also der Stamm vom Bananenbäume ist ein bisschen dicker. Wobei das noch schwierig zu erkennen. Aber bei den Früchten, sieht man, dass zum Beispiel bei den Bananen gibt es immer ganz viele Früchte. Die sind ganz schön aneinander gereiht. Und bei den Platanobäume sieht es ein bisschen anders aus. Sieht so aus. Wenn ihr es vielleicht seht, die Früchte sind so weit auseinander. Und haben viel, viel weniger Bananen. Also Platanobäume. Was ist der Hauptunterschied, wie man das erkennen kann? Was, Sarah? Was möchtest du mir sagen? Da hat es die Bananen. Wo hat es die Bananen? Ah ja, schau, da. Nein, Gott, verdammt Sarah ist schon gut. Also schau, das sind die Bananen. Das Ende, das sind ganz Auferfrüchte nebeneinander. Und zum Vergleich Platanobäume. Wir waren jetzt etwa 2 Stunden unterwegs und jetzt geht es hier in die Höhle. Wir sind hier noch gerade am Registrieren. Wie die Passnummer und alles müssen. Das ist sehr seriös. Jetzt sind wir bei diesen Höhlen, der Wasserfall. Gell, Sarah? Ja. Geil, Quater. So schön. So schön. Das geht durch alles. Oh, das ist sehr schön. Genau. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Wirklich cool, wie das Wasser so durch das Höhlen durchkommt. Wirklich cool. Jetzt können wir noch schwimmen. Wie warme Quater? 60 Grad. 60 Grad. 60 Grad. Es ist sehr kalt. 60. Super frisch. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. So, abgesehen davon, dass ich jetzt einen Raup auf meinem T-Shirt habe. Es ist alles super wunderbar gelaufen. Wir sind sogar geschwimmen, Leon und ich. Gell, Leon? Super frischend gewesen. Wie kalt war es? Schwierig. Aber erfrischend war es. Okay. Schön ist das gesagt. Eiszapfen kalt, aber richtig gut noch. Und jetzt hauen wir es wieder hoch. Richtig, ja vermutlich wieder richtig Finca zurück. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute in der Nacht ist etwas passiert. Und zwar, es hat Blitze eingeschlagen. Und zwar, hier oben. Seht ihr vielleicht das Dach. Dort hat es ein wenig mit Plastik so überdeckt. Das Tropfen nachher hinein. Da hat es die Ziegel alle vom Dach runtergekauen. Hier seht ihr noch ein wenig. Das ist noch so ein Ziegelstein. Und wir sind brutal verklopft. Ich meinte, es war irgendeine Schiesserei. Ich habe zuerst gar nicht realisiert, als ich bin. Bis ich gemerkt habe, ich bin da voll im Kraut draussen. Das war vermutlich irgendetwas anderes gewesen. Weil wir haben nämlich hier gepennt. Und es hat dann auch so ganz komisch geschmückt. Und wir wollten hier ursprünglich drei Tage bleiben. Uns gefällt es hier aber so sensationell gut, dass wir jetzt etwas verlängert haben. Und es gab aber ein Problem mit Booking.com. Dort war der falsche Preis. Das heisst, wir haben eigentlich zu wenig gezahlt. Und jetzt haben wir verlängert. Und jetzt haben wir den Preis, den wir ursprünglich hatten, nicht übernehmen können. Dafür haben wir jetzt ein Upgrade bekommen. Und zwar kommen wir jetzt für etwas mehr, glaube ich für 17 Franken pro Nacht, pro Person, in diesem riesige Zimmer. Mit einer geilen Aussicht. Mit einem eiligen Bad. Richtig schön. Und was natürlich der Oberknuller ist. Für unser verliebter Pärchen hier. Ja, Leo und Zara. Die haben natürlich den Oberhammer, den Oberschitt. Gell, Leo? Was meinst du? Kein Frieden? Ja, jetzt musst du noch mal reinschauen. Wie bringt es sich die Frage? Das ist schon geil. Ja, das Glück kommen wir ins Regisse. Oh, hey. Da kann man Fussball spüren. Das ist so riesig. Mit einer geilen Aussicht. Mit einem geilen Balkon. Da Private TV. Da kann ich fast ein bisschen atmen. Oder die ganze Uhr. Da, was ist das? WC. Mit einem Baden-Dings. Und hier mit einer riesigen Hurtusche. Ja, das ist jetzt Leo sein Geburtstagsgeschenk. So zu sagen. Leo hat ein zweites Geburtstag, oder? Jawohl. Und es ist noch die Vorbereitung auf meinen Geburtstag. Genau. Da gibt es nachher gute Fete da drin. Ja, das ist jetzt der neueste Stand. Wir bleiben jetzt noch bis am Donnerstag. Einen Tag nach Leos Geburtstag. Und dann gehen wir wieder weiter. Dann müssen wir uns wieder trennen. Und dann gehen wir wieder. Ah! Ah! Aber wir sehen uns schon gleich. Jetzt hast du mich gut runter. Oder Grüezi. Ja, ja. Wir bleiben sicherlich in Kontakt. Das haben wir eh schon gesagt. Das haben wir jetzt schon mal geschafft. Absolut. Und von daher. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Und etwas Wunderschönes wollen wir euch aber nicht vorenthalten. Und zwar hat es auf dieser Farm bzw. dieser Finca, wo wir jetzt sind, hat es wunderschöne Tiere. Mein persönliches Lieblingstier seit neuestem. Und zwar sind das die Pfäuen. Die sehen die hier. Ich denke nicht, dass sie jetzt gerade das Rad aufmachen. Aber die sind so zahm. Das ist unglaublich. Sie haben gerne, wenn man Gitarre spielt. Und das war schon unser Highlight hier oben. Also, in diesem Sinn. Tschau dir Pfau. Tschau dir Pfau. Sehr gut.